Johann Friedrich Herbert über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung 1804 Aus der Vorbereitungszeit in Bremen Vorbemerkung Der folgende Aufsatz ist erst im Jahre 1804 Er wird bereits hier zum Abdruck gebracht, weil er unzweifelhaft in Bremen entstanden, aber auch zum Verständnis der folgenden Arbeiten Herberts von Wichtigkeit ist. Wie aus dem Text hervorgeht, ist die Abhandlung über die ästhetische Darstellung der Welt ein Fragment aus einem älteren, leider verlorenen gegangenen Aufsatz. Es muss derselbe gewesen sein, den Herbert seinem Artikel über Pessalozis, wie Gertrud usw. nachfolgen lassen wollte. Mithilfe des Briefwechsels lässt sich feststellen, dass er ungefähr am Anfang des Jahres 1802 entstanden ist. Der Freund, mit dem sich Herbert durch diesen Aufsatz verständigen wollte, ist Theodor Ziemsen, sein Nachfolger im steigerischen Hause. Ende März 1802 schreibt dieser nämlich aus Bern nach Herbert. Dein ABC der Anschauung, dein Aufsatz über Charakterbildung und deine mathematischen Unterhaltungen mit Karl sind nicht vergebens in meine Hände gefallen, wenn es mir gleich noch unmöglich gewesen ist, dir darüber würdig zu antworten. Ich habe alles gelesen und wiedergelesen und deinen Aufsatz über Charakterbildung abgeschrieben, um ihn im Schreiben selbst sowohl als auch nachher mit aller Muße studieren zu können. In deinem Aufsatz habe ich dich ganz in deinem besten Sein wiedererkannt. Und je mehr ich ihn lese, desto trefflicher finde ich ihn auch. Und mit jedem Mal, dass ich ihn wiederlese, verschwindet mir die etwingen Anstößen und Schwierigkeiten, die ich anfangs nicht leicht entfernen konnte. Immer mehr. So, dass ich beinahe ganz furchtsam geworden bin, nur ein Wort darüber zu sagen. Der Aufsatz ist mir außerordentlich wichtig, in philosophischer Hinsicht sowohl als auch ganz besonders in pädagogischer Hinsicht. Ich trage deine Ideen in meinem schwachen Kopf, so viel er jetzt zu halten vermag, beständig mit mir herumher und kehre dann immer wieder zur Quelle zurück. Sobald ich mich stark genug fühle, mich einmal mit ganzer Andacht auf diesen Punkt zu sammeln, so will ich versuchen, mich genauer mit dir darüber zu unterhalten. Solltest du mir aber mit deiner Seite bis dahin noch etwas mitteilen können und wollen, was mich hauptsächlich in den letzten Teilen deines Aufsatzes noch mannigfaltiger hineinversetzen könnte, so weißt du, dass du meins meines innigsten Dankes dafür gewiss sein könntest. Die tiefere und festere Begründung einer wahren Erziehungskunst ist der Hauptpunkt, worum mein weniges Denken sich jetzt dreht. Herbert Rousseau-Pestalozzi und meine eigenen wenigen Erfahrungen und Gedanken hierüber gehen in dieser Beziehung immer nacheinander und miteinander in mir auf und unter. Die Keime zu dem im vorliegenden Aufsatz ausgesprochenen Ideen sind in Herberts Berichten an Herrn Steiger unschwer zu erkennen. Schon 1797 trägt sich Herbert mit dem Problem, wie einer zum Egoismus angelegten Natur, ohne deren Regsamkeit zu schädigen, ein Gegengewicht geben werden könne, durch Verführung eines richtig und stark gezeichneten Bildes von dem, was die Menschheit überhaupt sein könnte und sollte, um dadurch im Zöglen das Streben, seinen Einsichten gemäß zu leben, zu erwecken. In der umherblickenden Verstand- und Einbildungskraft beschäftigenden Moral des dritten Berichtes liegt die ästhetische Darstellung der Welt vorgebildet. Am deutlichsten ist im vierten Bericht auf das Hauptgeschäft der Erziehung eingedeutet, wovon der Charakterbildung gehandelt wird, welche dadurch zu erreichen ist, dass man den Spuren der moralischen Bildung des Menschengeschlechts nachgeht und dabei den jungen Geist zum Aussprechen von Beifall und Tadel und der Bildung und Einprägung von Maxime bestimmt. Zwischen diesen Äußerungen und dem gegenwärtigen Aufsatz liegt die bedeutungsvolle Zeit, in welcher Herberts praktische Philosophie sich ausgestaltete, deren Grundsätze er hier das erste Mal vorlegt. Der Anschluss an die antike Ethik ist schon vollzogen, wie die Zusammenfassung des Guten und Schönen in dem Ästhetischen zeigt. Die Forderung, alle dazu führende Elemente der Poesie, der Kunst, der Geschichte zur Gesamtwirkung zu vereinigen, geht sichtlich auf die Weisung Platus im dritten Buch des Staates zurück, wo es heißt, wir müssen unsere Dichter unter Aufsicht nehmen und anhalten, in ihren Dichtungen das Bild der guten Sitte auszuprägen. Wir müssen solche Künstler suchen, die wohlbegabt von der Natur, die Spur des Schönen und Geziemenden zu Folgen fähig sind, damit die Jugend in einem Bezirk versetzt werde, in dem ihr Auge und Ohr angewehrt werde, von der schönen wie von der heilsamen Luft einer gesunden Gegend, und dieses gleich von Kindheit an, so dass sie unbewusst mit den hohen Geisten der Umgebung erfüllt werden, ihm sich eingleichen liebend hingeben, wenn aber die Lehre dazu tritt, sie aus diesen Eindrucken Verwandte begrüßt. Der Titel der Abhandlung ist wie E. Trapp, der den Alten wenig bewandert war, in einer begeisterten Anzeige gleich nach ihrem Erscheinen hervorhebt, rätselhaft. Es passt dazu, wie Trapp weiter bemerkte, die Dunkelheit des Aufsatzes, die daher komme, dass der Wort zu wenig gegen die Fülle der Gedanken seien. So fremd aber auch der Titel klingen mag, so vertraut ist uns die Sache. Die Stimme des Lobes und des Tadels hat Herbert einen neuen Namen gegeben, ästhetisches Urteil. Bei der ästhetischen Wahrnehmung handelt es sich um die Weckung jener inneren Stimme durch geeignete Beispiele und die Aufgabe einer ästhetischen Darstellung der Welt. Besteht darin, dass Kinder einzuleiten, das Tun und Treiben der Menschen, soweit es ihm verständlich ist, nach seinen ethischen Werten zu beurteilen. Trapp erinnert an Wielands ohne Gold und aus Geschmack die Tugend üben. Ebenso wenig sei Herberts Forderung, viel Verlangen zu wecken, aber durchaus keinem gestatten, zügellos hinzustürmen auf seinen Gegenstand. Wer denke, da nicht an Platons Wagenlenker, die Vernunft, die die Begierde im Zaum hält. Mit der ästhetischen Wahrnehmung hat Herbert im Unterricht, also nicht der Schule oder der Kindererziehung, wie behauptet worden ist, eine neue Aufgabe zu gewiesen. Diese Aufgabenstellung ist in dreifacher Hinsicht bedeutsam. 1. Gegenüber den Vertretern der Pflichtenlehre weist Herbert damit auf das übersehene Anfangslied hin. 2. Gegenüber denjenigen, die den Moralunterricht in der Meinung, dass er in Wortwesen ausarten müsse, aus den Veranstaltungen der Erziehung ganz ausschalten, zeigt er die Möglichkeit einer Mitwirkung. 3. Jene aber, die umgekehrt durch Unterricht das Ganze der Erziehung zu leisten vermeiden, weist er auf die Schranken hin. Der Unterricht kann nämlich nur die Welt ästhetisch darstellen. Das heißt, sittliche Gefühle bilden durch parteilose Betrachtung der Menschen und Begebenheiten, die die Wirklichkeit und Dichtung dem Kinde nahe bringen. Die Aufgabe der Erziehung geht weiter. 4. Diese unumgängliche, notwendige Ergänzung der ästhetischen Wahrnehmung durch die Zucht erfahren wir aus Herberts Umrissen pädagogischen Vorlesungen. Dort heißt es, die bloß ästhetische Beurteilung übt sich leicht an fremden Beispielen. Die moralische Zurückwendung auf den Zögling selbst geschieht dagegen nur insofern mit Hoffnung des Erfolgs, als seine Neigung und Gewöhnungen eine Richtung genommen haben, welcher jene Beurteilung gemäß ist. Sonst läuft man Gefahr, dass der Zögling die ästhetische Beurteilung des Willens, wenn er sie fast doch der Gemeinklugheit wissentlich unterordnet, woraus das eigentlich Böse entsteht. Und wenn der Unterricht ästhetische Gegenstände irgendeiner Art fasslich darbietet, so veredelt sich die Gemütsstimmung dargestellt, dass sie der richtigen Beurteilung des Willens, das heißt der Erzeugung praktischer Ideen, sich wenigstens annähert. Und um diejenigen ästhetische Urteile zu fällen, worauf die Sittlichkeit sich gründet, müssen Bilder des Willens gesehen werden, ohne eigene Willenserregung. Und zwar müssen diese Bilder Verhältnisse in sich schließen, deren einzelne Glieder selbst Willen sind, der Auffassende nun soll die Glieder gleichmäßig zusammenhalten, bis in ihm selbst die Wertebestimmung unwillkürlich hervortritt. Aber dazu gehört eine Schärfe und eine Ruhe des Auffassens, welche bei ungezogenen Kindern nicht zu erwarten steht. Man kann hieraus auf die Notwendigkeit der Zucht, und zwar der Ernsten, wo nicht strengen, Zucht den Schluss mache, die Wildheit muss gebändigt und regelmäßig aufmerken muss gewonnen sein. Als dann noch darf es an hinreichenden deutlichen Darstellungen jener Bilder des Willens nicht fehlen. Und auch so verspätet sich das Urteil oft so sehr, dass es im Namen anderer und höherer muss ausgesprochen werden. Herbert über die ästhetische Darstellung der Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung 1. Man kann die eine und ganze Aufgabe der Erziehung in den Begriff Moralität fassen. 2. Man könnte und dürfte auch so viele Aufgaben der Erziehung annehmen, als es erlaubte Zwecke des Menschen gibt. Dann aber gäbe es so viele pädagogische Untersuchungen als Aufgaben. Dann würden diese Untersuchungen außer ihrem gegenseitigen Verhältnis angestellt, man sehe weder, wie sich die vereinzelten Maßregeln des Erziehers beschränken müssten, noch wie sie sich befördern könnten. Man würde sich viel zu arm an Hilfsmittel finden, wenn man jede einzelne Absicht unmittelbar erreichen wollte. Und einerlei, was man nur einfach hervorzubringen dächte, geschehe durch nicht beabsichtigte und nicht berechnete Neben- und Nachwirkungen, vielleicht zehnfach, sodass alle Teile ihres Geschäfts außer ihrem richtigen Verhältnis gesetzt würden. Diese Betrachtungsart ist allzu untauglich. Zur Anknüpfung pädagogischer Untersuchungen. Soll es möglich sein, das Geschäft der Pädagogik als ein einziges Ganzes durchgreifendes, richtig zu durchdenkendes und planmäßig auszuführendes, so muss es vorher möglich sein, die Aufgabe der Erziehung als eine einzige aufzufassen. 3. Moralität als höchster Zweck des Menschen, und folglich der Erziehung, ist allgemein anerkannt. Wer dies leugnet, müsste wohl nicht eigentlich wissen, was Moralität ist. Wenigstens hätte er kein Recht, hier mitzusprechen. Aber Moralität als ganzer Zweck des Menschen und der Erziehung aufzustellen, dazu bedarf es einer Erweiterung des Begriffs derselben. Einer Nachweisung seiner notwendigen Voraussetzung, als der Bedingung seiner reellen Möglichkeit. 4. Der gute Wille Der stete Entschluss, sich als Individuum unter dem Gesetz zu denken, das allgemein verpflichtet. Dies ist der gewöhnliche und mit Recht der nächste Gedanke, an den uns das Wort Sittlichkeit erinnert. 5. Denken wir die Gewalt, den Widerstand hinzu, mit welchem der Mensch diesen guten Willen gegen die entgegenarbeitenden Gemütsbewegungen in sich aufrecht hält. So wird uns die Sittlichkeit, welche vorher bloß eine Eigenschaft, eine Bestimmung des Willens war, zur Tugend, zur Kraft und Tat und Wirksamkeit jenes so bestimmten Willens. Von beiden noch verschieden ist, was zur Legalität gehört. Die richtige Erkenntnis des moralischen Gesetzes. Und wieder verschieden von der Kenntnis des allgemeinen Gesetzes und selbst von der Kenntnis der gewöhnlichen und anerkannten Regel der Pflicht im gemeinen Leben ist die treffende Beurteilung dessen, was in besonderen Fällen in einzelnen Augenblicken in der unmittelbaren Berührung des Menschen und des Geschicks als das Beste, als das Eigentliche und einzig Gute zu tun zu wählen, zu vermeiden sei. Dies alles findet die Philosophie unmittelbar im Begriff und vom Menschen erwartet oder fordert sie es ebenso unmittelbar als eine Äußerung der Freiheit. 5. Kann der Erzieher mit dieser Vorstellungsart, so wie sie dasteht, etwas anfangen? 6. Gesetzt auch nur, es wäre bloß von der sittlichen Bildung im engsten Sinne die Rede, man mag davon alles Wissenschaftliche, alle Übungen, alle Stärkung der geistigen und physischen Energie, soweit man es immer möglich glaubt, abstreifen und für andere Betrachtung zurücklegen, ist nun dasjenige, was sich dem Philosophen darbietet, indem er nur den Begriff der Sittlichkeit vor sich nimmt, auch dem Erzieher gegeben. 7. Findet auch der den guten Willen vor, sodass er denselben nur gegen die Neigung zu richten, nur auf die rechten Gegenstände durch den Vortrag der Moral hinzuweisen brauchte. 8. Fließt etwa auch ihm die intelligible Quelle, darf auch er den Strom, dessen Ursprung er nicht weiß, getrost vom Himmel ableiten. 9. In der Tat, für denjenigen, der unserem neuen System anhängt, ist nichts konsequenter, als ruhig zu erwarten, dass sich wohl etwa ganz von selbst das radikal Gute oder vielleicht auch das radikal Böse bei seinem Zögling äußern werde. Nichts konsequenter als die Freiheit, die er in demselben als in einem Menschen doch voraussetzen muss, still zu respektieren, sie nur durch gar keine vermerkte Mühe zu stören, wobei man fragen müsste, ob denen die Freiheit überhaupt gestört werden könne, und so den wichtigsten Teil seines Geschäfts ganz aufgeben und am Ende seine ganze Sorge auf bloße Darreichung von Notizen zu beschränken. Auch ist etwas Ähnliches von einem Anhänger jener Systeme einmal wirklich und im Ernst behauptet worden. 7. Doch so präzise muss man in der Anwendung dieser Theorie nicht sein. Sie selbst wären unter der Last einer solchen Konsequenz schon im Entstehen zusammengebrochen. Man darf hoffen, dass der erste Transzendentalphilosoph, der sich für Erziehung interessiert, auch dafür einen schicklichen Standpunkt aufzuweisen wissen wird. Das Postulat, die Erziehung müsse möglich sein, wird zuerst mit einem rechtlichen Titel ausgestattet werden. Dann findet sich in der Sinneswelt Raum genug und für alle, die welche in ihr etwas zu schaffen haben, gilt die realistische Ansicht sowie die Freiheit sich durch ihren Ausspruch, das Sittengesetz, gleich einer Ursache im Reiche der Erscheinung verraten darf, so wird man auch der vom Erzieher geordneten Sinnenwelt erlauben, da sie als die Freiheit des Zöglings wirkend erscheine. Und das reicht hin. Nun haben wir unser Feld, zwar noch nicht die Regeln des Verfahrens, allein der Erzieher erfindet sie nur erst. Der Transzendentalphilosoph wird sie nachher schon aus einem System abzuleiten wissen. Achtens Dem Erzieher ist die Sittlichkeit ein Ereignis, eine Naturgegebenheit, die in der Seele seines Zöglings sich zwar, wie man annehmen kann, schon in einzelnen Augenblicken einem kleinen Teil nach zufällig hat blicken lassen, die sich aber in ihrem ganzen Umfange zutragen und dauern und all die übrigen Ereignisse, Gedanken, Fantasien, Neigungen, Begierden in sich nehmen, in Teile von sich selber umwandeln soll. In dieser Vollkommenheit sollte diese Naturbegebenheit mit dem ganzen Quantum der geistigen Kraft des Zöglings geschehen. In der unvollkommenen Gestalt, worin sie wirklich geschieht, hat jedes Mal der gute Wille. Oder besser, ist jedes einzelne gute Wollen ein bestimmtes Quantum von Tätigkeit. Ein bestimmtes Teil des Ganzen, und zwar so bestimmt, so groß, nur für diesen bestimmten Augenblick vorhanden. In der Zeit aber wächst das Quantum, nimmt ab, verschwindet, wird negativ. Wie bei einer krummen Linie. Wächst wieder. Und dies alles lässt sich, sofern der Zögling sich offen äußert, in Beobachtung wahrnehmen. Neuntens In der ganzen Bestimmtheit, womit es geschieht, geschieht es notwendig, als ein unfühlbarer Erfolg gewisser geistiger Ursachen. Ebenso notwendig, als jeder Erfolg in der Körperwelt, nur aber durchaus nicht noch materiellen Gesetzen, der Schwere, des Stoßes, die mit den Gesetzen geistiger Wirkung nicht die geringste Ähnlichkeit haben. Der Erzieher mutet sich den Versuch an, eben wie der Astronom, durch richtiges Fragen der Natur und durch genaue und lange genug fortgeführte Schlussreihen, endlich dem Gange der vor ihm liegenden Erscheinungen seine Gesetzmäßigkeit abzuforschen und somit auch zu entdecken, wie sich derselbe nach Absicht und Plan modifizieren lasse. Diese realistische Ansicht leidet nun auch nicht die mindeste Einmengung der Idealistischen. Kein leisester Wind von Transcendentaler Freiheit darf in das Gebiet des Erziehers durch irgendein Ritzchen hineinblasen. Was fing er doch an mit den gesetzlosen Wundern eines übernatürlichen Wesens, auf dessen Beistand er nicht rechnen, dessen Störung er nicht vorhersehen, noch ihn vorbauen könne? Etwas Veranlassung geben, Hindernisse entfernen. Also war das absolute Vermögen gehindert. Also gibt es für dasselbe Veranlassung außer seinem eigenen, rein ursprünglichen Anfang. Also ist das Intelligible wieder mitten im Mechanismus der Naturdinge befangen. Die Philosophen besinnen sich hoffentlich besser auf ihren eigenen Begriff. Transcendentale Freiheit darf und kann auch durchaus nicht im Bewusstsein gleich einer inneren Erscheinung sich betreffen lassen. Hingegen diejenige Freiheit der Wahl, die wir alle in uns finden, welche wir als die schönste Erscheinung unseres Selbst ehren und welche wir unter den anderen Erscheinung unseres Selbst hervorheben möchten, diese ist es gerade, welche der Erzieher zu bewirken und festzuhalten trachtet. Zehntens Machen, dass der Zögling sich selbst finde, als wählen das Gut, als verwerfend das Böse. Dies oder nichts ist Charakterbildung. Diese Erhebung Erhebung zur selbstbewussten Persönlichkeit soll ohne Zweifel im Gemüt des Zöglings selbst vorgehen und durch dessen eigene Tätigkeit vollzogen werden. Es wäre Unsinn, wenn der Erzieher das eigentliche Wesen der Kraft dazu erschaffen und in die Seele eines anderen hineinflößen wollte. Aber die schon vorhandene und ihre Natur notwendige getreue Kraft in eine solche Lage zu setzen, das ist jene Erhebung unfehlbar und zuverlässig gewiss vollziehen müsse. Das ist es, was sich der Erzieher als möglich denke, was er zu erreichen, zu treffen, zu ergründen, herbeizuführen, vorzuleiten, als die große Aufgabe seiner Versuche ansehen muss. Elftens Es wird jetzt notwendig den Begriff der Sittlichkeit, den wir hier als bekannt gegeben und gegeben ansehen müssen. Einer schärferen philosophischen Betrachtung zu unterwerfen, deren Anfang bloß Analyse, deren Fortgang aber notwendige Synthesis wird, indem sie die Voraussetzung nachweist, auf welche sich der Begriff wesentlich bezieht, ohne dass man sie zu einem Inhaltlichen rechnen könnte. Die Form dieser Untersuchung ist von sehr allgemeinem Gebrauch, aber freilich hier nicht ihre volle Strenge und Schärfe zeigend. Zwölftens Gehorsam ist das erste Prädikat des guten Willens. Im Gegenüber muss ein Befehl stehen, aber muss wenigstens irgendetwas als Befehl erscheinen können. Der Befehl hat etwas Befohlenes zum Gegenstande, aber nicht jeder Gehorsam gegen den ersten besten Befehl ist sittlich. Der Gehorchende muss den Befehl geprüft, gewählt, gewürdigt. Das heißt, er selbst muss ihn für sich zum Befehl erhoben haben. Der Sittliche gebietet sich selbst. Was gebietet er sich? Hier ist allgemeine Verlegenheit. Kant, der diese Verlegenheit am besten unter allen empfand, schiebt nach vielen Zaudern endlich ganz eilig die Form des Gebots die Allgemeinheit, wodurch es sich von momentaner Willkür unterscheidet. An die Stelle des Inhaltes. Andere schieben ihre theoretischen Begriffe Annäherung an die Gottheit, an das reine Ich, an das Absolute, ja auch die Sitten und Gesetze des Landes oder gar des Nützlichen, das Angenehmen hier herein. Wer unbefangen ist, erkennt die leere Stelle für leere. Er schließt. Wir alle kennen den Begriff der Sittlichkeit. Enthielte er nun einen bestimmten Gegenstand des Befehls, so würden wir auch diesen mit dem Begriff kennen. Einen bestimmten Gegenstand also enthält er nicht. Aber er bezieht sich doch auf Voraussetzung Befehle. Das heißt, auf ein vorauszusetzendes Wollen. Denn Befehl ist Selbstwille. Dies Wollen muss das Ursprüngliche und Erstes sein. Der Gehorsam folgt nach. Ist nun dies ursprüngliche Wollen kein bestimmtes, aber doch ein wirkliches, so ist es offenbar ein unbestimmtes Vielfaches. Hierin liegt der Grund, dass man in dem Gehorsam aus nichts daraus führen wird. Denn diesem steht als Befehl nur der allgemeine Begriff gegenüber. Es gäbe überhaupt ein solches Wollen, das gegen alle Neigungen und individuelle Zufälle begehren als Gebot auftrete. Ehe wir nun das charakteristische derjenigen Akte des Gemüts aufsuchen, welche hier den gehorchenden Willen gegenüber als gebietender Wille erscheinen, sind zwei Bemerkungen notwendig. Erstlich diese Akte an sich können nichts eigentliches sittliches sein, denn sie sind vorher, sie sind unabhängig da, ehe sie in das gebietende Verhältnis zu den Neigungen treten. Aber nur sofern sie ein Glied dieses Verhältnisses werden, gehören sie der Sittlichkeit. Das ursprüngliche des gebietenden Wollens ist in einer ganz anderen Sphäre zu suchen. Zweitens sofern diese unbestimmt vielfachen Akte den Gehorsam motivieren, müssen sie der Gestalt konstruiert sein, dass sie unter den allgemeinen Begriffen gefasst werden konnten, welchen das Allgemeine und eine Gelübde der Treue gilt, samt der einen und beständigen Aufmerksamkeit, Selbstkritik und Demut, welche die Krone des Sittlichen ausmacht. Die Konstruktion muss so beschaffen sein, dass dadurch jedes Fremdartige ausgestoßen werde. Sie muss die Strenge in den Gegensatz bringen zwischen dem Würdigen und Guten auf der einen und dem Gemeinen und Schlechten auf der anderen Seite. Durch sie muss die laute eindringende Kraftsprache der sittlichen Imperative entstehen, denn vor dem Verhältnis der Vernunft zur Neigung ist dies alles nicht denkbar. Eine solche Konstruktion kann nicht bloß logisch sein. Aus einer wohl klassifizierten Sittenlehre kann sie nicht erlernt werden, diese kühlt den Willen, sie treibt ihn nicht. Vielmehr bedarf es einer teils poetischen, teils pragmatischen Konstruktion. Doch es ist Zeit, die Elemente zu suchen, welche konstruiert werden sollen. Vierzehntens Vergeblich würde man den Begierden Gehorsam auflegen, wenn man die Vernunft hinterher wieder zur Begierde machen wollte. Ewig wahr bleibt Skanz Lehrsatz, kein praktisches Prinzip dürfe die Wirklichkeit irgendeines Gegenstandes fordern. Aber was folgt daraus? Nichts anderes als das Ursprüngliche. Die Vernunft überall überhaupt nicht Wille ist. Denn Wille, der nichts will, ist ein Widerspruch. Die Vernunft vernimmt und sie urteilt, nachdem sie vollendet vernahm. Sie schaut und richtet, dann wendet sie den Blick und schaut weiter. Dies wird sich bewähren, indem wir den vorigen Faden wieder aufnehmen. Der Gehorchende würdigt den Befehl. Das heißt, er zeigt ihn wenigstens als Befehl. Wie muss er wohl hier sich selbst erscheinen? Als aufstellend den Machtansprüchen oder als findend einer vorliegenden Notwendigkeit? Muss er sich geltend machen wollen, als Herr und Meister, als Eigentümer, gleichsam seines inneren Vorrats von Sinn und Leben? Oder wäre es vielleicht, wenn nicht wahrer, doch sicherer für die Richtigkeit seines Urteils, wenn er etwa nur den fremden Willen einer vollkommenen Vernunft zu ergründen strebte? Als aufstellend den Machtansprüchen darf er sich nicht erscheinen, denn der Erste der Sittlichkeit, der Gehorsam, ist vernichtet. Es ist eine Willkür an die Stelle der anderen gesetzt, sobald in irgendeinem Sinne Wille sich als den Grund des Befehls zeigt. Der Sittliche ist durch und durch demütig. Diese Bekanntschaft mit dem Begriff der Sittlichkeit war hier vorausgesetzt. Fünfzehntens Also als findend eine Notwendigkeit erscheint er sich oder vielleicht erscheint er sich gar nicht, denn die Notwendigkeit könnte er ja finden, ohne den Blick auf sich zu richten. Diese Frage wird ein wenig weiter unten sich von selbst genauer beantworten. Zuerst fragt sich welche Notwendigkeit wird gefunden. Keine theoretische Man kennt den Unterschied zwischen sollen und müssen und ein Befehl würdigen heißt nicht sich nach dem unabänderlichen bequemen also auch keine logische denn diese ist an sich ebenfalls ein müssen. Sie verweist überdies auf einen höheren Grundsatz und verschiebt also nur die Frage wie und warum denn er notwendig sei. Also nichts Geschlossenes nichts Gelerntes nichts in der Erfahrung Gegebenes oder durch die Naturlehre Erforschtes so weit behält Kant durchaus Recht der das Empirische der Reihen Vernunft streng entgegensetzt. Man wird aber hoffentlich hier nicht etwa antworten eine moralische Notwendigkeit denn es ist nur eben zuvor gezeigt dass wir hier ganz außer dem Gebiet der Moral sind. Die Rede ist von den ursprünglich Notwendigen was erst dann etwa sittlich notwendig werden wird wenn es im Gegensatz gegen die Neigung den Gehorsam regiert sechzehntens unter den bekannten Notwendigkeiten ist nur noch die ästhetische übrig siebzehntens diese charakterisiert sich dadurch dass sie in lauter absoluten Urteilen ganz ohne Beweis spricht ohne übrigens Gewalt in ihrer Forderung zu legen auf die Neigung nimmt sie gar keine Rücksicht sie begünstigt und bestreitet sie nicht sie entsteht beim vollendeten vorstellen ihres Gegenstandes für verschiedene Gegenstände gibt es ebenso viele ursprüngliche Urteile die sich nicht etwa aufeinander berufen um logisch auseinander abgeleitet zu werden höchsten findet es sich dass nach Absonderung des zufälligen bei verschiedenen Gegenständen ähnliche Verhältnisse sich wieder fanden und dass diese natürlichen ähnlichen Urteile erzeugten soweit man die einfache ästhetische Verhältnisse kennt hat man den auch einfachen Urteilen über dieselben diese stellen der Spitze der Künste mit völlig selbstständiger Autorität unter den Künsten ragt in dieser Rücksicht die Musik hervor sie kann ihren harmonischen Verhältnissen sämtlich bestimmt aufzählen und deren richtigen Gebrauch ebenso bestimmt nachweisen Würde aber der Lehrer der General Basses noch beweisen gefragt so könnte er nur lachen oder das stumpfe Ohr bedauern das nicht schon vernommen hätte besonders wichtig ist es dass die ästhetischen Urteile niemals die Wirklichkeit ihres Gegenstandes fordern Nur wenn er einmal ist und wenn er bleibt so beharrt auch das Urteil welches angibt wie es sein sollte Und durch dies beharren gilt es dem Menschen der ihm nicht entfliehen kann endlich für die strengste Nötigung Eine Geschmacklosigkeit ist dem Künstler ein Verbrechen freilich nur insofern er Künstler sein will Es ist ihm unverwehrt sein missratenes Bild zu zerstören und das Instrument dessen er nicht meistern ist zu verschließen und endlich die Kunst ganz aufzugeben Achtzehntens Nur von sich selbst kann der Mensch nicht scheiden Wäre etwa er selbst Gegenstand solcher Urteile so würde diese durch ihre ruhige aber immer vernehmliche Sprache mit der Zeit ein Zwang über ihn ausüben So gerade wie über den Liebhaber der nun einmal seinen Sinn darauf gesetzt hat Künstler sein zu wollen Es kommt noch hinzu dass aus der Mitte des Gemüts ein Geschmacks Urteil hervorbricht Es gar oft durch die Art wie es entsteht als eine Gewalt gefühlt wird die eigentlich in dem was es spricht nicht liegt Glücklich wenn ein solcher Ungestüm gleich Anfang siegt und er vergeht mit der Zeit aber das Urteil bleibt es ist sein langsamer Druck den der Mensch sein Gewissen nennt neunzehntens findend eine ursprünglich praktische also ästhetische Notwendigkeit biegt der Sittlichkeit sein Verlangen um ihr zu gehorchen das Verlangen also war ein Glied eines ästhetischen Verhältnisses und insofern richtet der Betrachtende sein Blick auf sich inwiefern in ihm Verlangen ist was in dem beurteilten Verhältnis vorkommt übrigens würde ohne Zweifel die ästhetische Forderung sich ganz gleich bleiben wenn ein anderer in eben dem Verhältnis stehend der Verlangenden wäre so urteilen wir über andere nur noch leichter als über uns selbst und die Forderung gilt sollte wenigstens dem anderen gelten und wir muten ihm an es selbst so zu finden 20. Wollte man nun diejenigen ästhetischen Urteile welche sich auf den Willen richten kennenlernen das heißt wollte man eine praktische Philosophie aufstellen so müsste man vor allem die Idee eines höchstens Sitten Gesetzes also einzigen Spruches der reinen Vernunft von welchem alle anderen Sitten Regeln nur Anwendungen wären ganz und gar aufgeben vielmehr indem man den Willen nach und nach in den einfachsten denkbaren Verhältnissen betrachtet die aus seinen Richtungen auf sich selbst auf anderen Willen und auf Sachen hervorgehen können würden für jedes dieser Verhältnisse auch ein ursprüngliches absolut unabhängiges ästhetisches Urteil von ganz eigentümlicher Beschaffenheit mit unmittelbarer Evidenz hervorspringen man hätte nachher die so erhaltenen Urteile zu konstruieren eine Lebensordnung daraus zu bilden dies würde leicht gelingen wenn man dieselbe gleich anfangs in ihrer eigentümlichen Klarheit in ihren einfachsten und präzisesten Bestimmungen unvermischt mit irgendetwas Fremden und unentstellt durch Versuche falscher Philosophie eins auf das andere zu reduzieren gewonnen hätte der Gegensatz erklärt ohne Mühe warum es schwer wird aus denjenigen Beurteilungen wozu das tägliche Leben zufällig und zerstreut veranlasst ein festes System praktischer Gesinnung zu errichten von welchem der Charakter Solidarität und Einheit erhalten könnte hätte aber die Wissenschaft bei dieser Konstruktion für die Richtigkeit der Zeichnung gesorgt so würde der Reichtum des Lebens teils verklärt durch Dichtung teils eindringt als Wahrheit der Geschichte jene Zeichnung bald im Ganzen bald partienweise mit abwechselnder Färbung ausgemalt durch diese oder jene Kontraste gehoben dargestellt helfen ein ein und zwanzigstens doch dieses pädagogische Denken kommt zu früh wie viol nur um ein weniges denn die Anwendung der allgemein Betrachtung ist nahe es bedarf nur noch eines Rückblicks auf den sittlichen Gehorsam wie verhält sich dieser zu jenem System der praktischen Vernunft das Gehorchende soll Wille sein und bleiben aber seine Richtung soll es zum Teil ändern nun ist ursprünglich alles begehren wollen verlangen auf Gegenstände gerichtet 22 und man glaube nicht diese Gegenstände ließen sich nachgefallen unter dem Wollen gleichsam verschieben wer wenig will dem ist alles verleidet sobald man ihm dies versagt also nur in seiner Abstraktion kann man den Willen von seiner Richtung scheiden 23 aber wer viel kennt und denkt der verlangt viel und wessen Vorstellungen wohl assoziiert sind dem assoziieren sich auch das Verlangen die Richtung des Verlangens ändern heißt 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 eigentlich ein Verlangen anhalten aber so dass neben ihm gleich ein anderes bereit sei hervorzutreten dies vermag nur ein viel gewandter und viel geweckter Geist eben darum wird es Männern leichter als Kindern aber schon wohlgezogenen Kindern ist eben durch die Zucht eine Freiheit gegeben und erworben jedes Verlangen für den Augenblick ohne große Mühe anzuhalten eine Freiheit übrigens die für sich allein mit der Sittlichkeit noch gar nichts gemein hat man sieht indes sogleich dass es nur noch darauf ankommt ob Egoismus oder praktische Vernunft sich seiner bemächtigen werden im einen Fall wird sie Klugheit im anderen Sittlichkeit 24 so liegt denn also hier gleich vor unseren Augen das erste der Zucht wir sollen viel Verlang wecken aber durchaus keinem gestatten zügellos hinzustürmen auf sein Gegenstand es soll scheinen als läge ein unermesslicher Vorrat von Willen eingeschlossen in einem ehenden Behälter den nur die Vernunft öffne wo wann wie sie wolle so wird es scheinen wenn von Anfang an die Berührung durch Gegenstände möglichst vielförmig der stets fühlbare Zügel aber unter Umständen wirksam genug ist um dem Gemüt fest einzuprägen es sei auf Erreichung keines Gegenstands unbedingt zu rechnen das Das übrigens die Zucht am besten als unpersönliche Notwendigkeit sich darstellt und dass sie durch viel Liebe viel freie Gefälligkeit vergütet werden muss ist bekannt wie überhaupt die Kunst alles was bei Kindern Eigensinn heißt auszulöschen ohne ihre Heiterkeit zu schaden hier vorausgesetzt wird 25 Wenn man nun das hohe Verlangen hüten soll dass es sich nicht durch die Tat seine Kraft beweisen und dadurch entschiedener Wille werde so muss dagegen wo es sich richtige Überlegung erheben dieselbe in Handlung gesetzt und bis zur Erreichung ihres Zwecks unterstützt werden So erfährt die Vernunft was sie vermag und fasst Mut zu regieren 26 Sehen wir einen Knaben der verdanke er es nun der Kunst oder der Natur oder dem Zufall sich viel versucht aber was er türicht findet leicht verlässt was er bedacht hat fest und kräftig durch zu setzen ein Knaben den man auf alle Weisen leicht wecken durch angemessene Behandlung leicht reizen durch die rechten Worte leicht lehren wenden beschämen kann dann erfreuen wir uns des Anblicks und weiss sagen ihm Gutes wir nennen ihn frei weil wir voraussetzen er werde mit seinen offenen Augen schon finden vernehmen was vernünftig sei und in ihm liege kein Widerstand der das Urteil Schweigen heißen und es überwältigen könnte 27 aber wir vergessen vielleicht dass es noch darauf ankommt was denn für eine Welt der Knabe vor sich finden beurteilen und zu behandeln sich üben werde 28 diese Welt sei ein reicher offener Kreis voller mannigfaltigen Lebens so wird er sie mustern in allen ihren Teilen was erreichen kann wird er rühren und rücken um dessen ganze Beweglichkeit zu erforschen das andere wird er betrachten und sich im Geist dahin versetzen die Menschen und ihre betragen wird er meistern die Lebensarten und Stände nach Glanz und Vorteile und Ungebundenheit vergleichen er wird wenigstens in Gedanken nachahmen kosten wählen fast irgendein solcher reiz ihn fest so wird er kalkulieren und er ist der echte Sittlichkeit verloren 29 oder aber es fessele ihn nicht die Knabenjahre mögen vergehen unter beständigen Umtrieben augenblicklicher Lust nur dass er seine Körperkraft seiner Gesundheit seiner Freiheit von Bedürfnissen und seiner inneren Haltung gewiss sei und dass er eine Summe scharf bemerkte Erscheinungen in gelegentlicher Auffassung gesammelt habe um unter den Dingen der Welt sich nicht fremd zu fühlen er werde nun des Anstands gewahr den ersten Eintritt in die Gesellschaft vom erwachsenen Jüngling fordert Mit mit der Scheu zu fehlen mit dem Wunsch zu lernen übrigens ruhig ohne etwas zu suchen noch zu fürchten trete er ein und schaue umher so wird seine konzentrierte Besonnenheit alle Verhältnisse fassen der Gegensatz des lächerlichen und des schicklichen wird sein Urteil so leicht wie sein Betragen bestimmen und neben dem schicklichen wird er finden was Ehre und Schände die Redlichkeit und Treue die Falschheit und den Verrat und wenn er nur wirklich ein nachahmendes Gemüt hat so ist er ursprünglich voll Teilnahme voll eigen des Sinnes in andere Leiden und Hoffen angelegt ist er demnach auch zu der Besinnung die der Schöne der Seele die Güte erkennt und schätzt aus dieser Auffassung wird er sich ein Gesetz bereiten und eine Pflicht dem Gesetz zu folgen denn er kann nicht anders er müsste sich selbst schämen wenn er nicht folge darum will er folgen und er vermag es und ihr werdet ihn abermals mit vermehrtem Nachdruck frei nennen und mit Recht in dem edelsten Sinne des Wortes wüsstet ihr auch noch so genau wie er es wurde und werden musste 30 ob er es wurde oder nicht und wie weit das hing an dem psychologischen Zufall ob er sich eher vertiefte in die Betrachtung des Egoismus oder in die ästhetische Auffassung der ihn umgebenden Welt dieser Zufall soll nicht Zufall bleiben der Erzieher soll den Mut haben voraus zu setzen er könne wenn er es recht anfange jene Auffassung durch ästhetische Darstellung der Welt früh und stark genug determinieren damit die freie Haltung des Gemüts nicht von der Welt Klugheit sondern von der rein praktischen Überlegung des Gesetzes empfange eine solche Darstellung der Welt der ganzen bekannten Welt und aller bekannten Zeiten um nötigenfalls die üblen Eindrücke einer ungünstigen Umgebung auszulöschen diese möchte wohl mit Recht das Hauptgeschäft der Erziehung heißen Wofür jene Zucht die das Verlangen weckt und bändigt nichts als notwendige Vorbereitung wäre Ein Dreißigstens Der Begriff einer ästhetischen Auffassung der Welt ist weiter als der der ähnlichen Auffassung des menschlichen Verlangens folglich weiter als in die Sittlichkeit unmittelbar fordert und er sollte es sein denn wiewohl äußere Gegenstände uns zufällig seien und wiewohl es sehr wichtig ist so viel als möglich zum zufälligen zu rechnen so ist es uns doch nicht möglich aus der Sphäre des Äußeren überhaupt zu scheiden und nun erheben sich zu mancherlei Forderung des Geschmacks deren Art zu fordern im Grunde keine andere ist als die der ästhetischen Beurteilung des Willens ihre Nötigung wird auch in dem Maße stärker gefühlt wie uns das Äußere anhängt daher die Gewalt womit die äußere Ehre der Anstand der gesellschaftliche Ton kurz womit alles was zur Ablegung der Ruheit gehört unter Menschen von angefangener Bildung seine Ansprüche gelten macht man sagt es gebe nur eine Tugend beinahe ebenso richtig könnte man sagen es gebe nur einen Geschmack wer ihn irgendwo mit kalter Gesinnung verletzt der ist auf dem Weg der Sittliche wo nichts zu verlassen so doch es mehr auf die fremdartigen Prinzipien zu stützen welche vom Streben nach innerer Größe und Wohlfahrt oder von bürgerlicher und religiöser Klugheit herrühre 23. Wie nun eine allgemeine ästhetische Darstellung der Welt angelegt werden müsse darüber hier nur das eine Wort eigentlich Wiederholung der vorherigen Man Man hüte sich die Geschmacksurteile aufeinander zu reduzieren und was darauf zurückkommt man hüte sich Kollision zu leugnen wird aber hier weiter unten viele und frühe Lektüren klassischer und gewählter Dichter wird Vorübung der Sinne zum Auffassen der Kunstwerke aller Art gefordert So kann der Zusammenhang auch der verschwiegenen Gründe leicht erraten werden 33. Nur noch einige Hauptzüge von jener Darstellung der Welt sofern sie die sittliche unmittelbare angeht 34. Es versteht sich dass die einfache Grundurteile über den Willen zwar nicht als Formel aber als Beurteilung individueller Fälle eben wegen ihrer Einfachheit und absoluten Priorität schon dem Kind nicht entgehen können wofern ihm nur die Gelegenheit von der Umgebung dargeboten werden Es ist oft gesagt und hoffentlich allgemein erkannt dass die zärtliche Sorge der Mutter der freundliche Ernst des Vaters die Verkettung der Familie die Ordnung des Hauses vor den unbefangenen Blicken des Kindes in aller Reinheit und Würde dastehen müssen weil es nur beurteilt was es bemerkte ja weil das was es sieht ihm das einzig mögliche und das Muster seiner Nachahmung ist 35 gesetzt diese erste Bedingung sei erfüllt jeder späterhin erträglich ersetzt durch die wohltätige Humanität eines nicht gemeinen Lehrers sie schreitet von hier aus die Erziehung weiter sie muss den engen Kreis verlassen sie zeigt die tadelns würdige Schwäche wenn sie das Kind das hier ausgelernt hat und weitere blickt und strebt aus Furcht vor dem was draußen ist noch länger auf das nächste beschränken will aufwärts und abwärts hat sie fortzuschreiten aufwärts gibt es einen Schritt nur einen und nichts höheres mehr abwärts eine unendliche Weite und Tiefe nach jener Seite muss das übersinnliche Reich sich öffnen denn im sichtbaren ist der Familienkreis selbst das schönste und würdigste aber nach der entgegengesetzten hin liegt die Wirklichkeit und zeigt teils von selbst mit zudringlicher Sinnklarheit ihre Mängel und ihre Nöte teils ist es Pflicht der Erziehung vollends aufzudecken was der Zögling nicht sieht und doch sehen muss um als Mensch leben zu können 36 Da aber die Kontraste einander gegenseitig heben und desto mehr je weiter sich von der Mitte entfernen so würde man leicht auf die Regel kommen immer nach beiden Seiten zugleich und gleichmäßig fortzugehen um um neben immer stärkeren Schatten immer stärkeres Licht nur desto glänzender hervortreten zu machen wenn nur der Weg nach beiden Seiten gleich offen wäre und auf ähnliche Art fortliefe 37 Gott das reelle Zentrum aller praktischen Ideen und ihre schrankenlose Wirksamkeit der Vater der Mensch und das Haupt der Welt erfülle den Hintergrund der Erinnerung als das Älteste und Erste bei dem alle Besinnung des aus dem verwirrten Leben rückkehrenden Geistes immer zuletzt anlegen müsse um wie im eigenen Selbst in der Feier des Glaubens zu ruhen aber eben darum weil das höchste schon unter den frühesten Gedanken an welchen die Persönlichkeit des werdenden Menschen hängt sich sein Platz festigen soll und weil es als das höchste nun ferner nicht mehr erhöht werden kann so ist Gefahr man werde es bei fortdauernder Hinheften des Geistes auf den einen so einfachen Punkt nur verunstalten man werde es zum gemeinen ja zum langweiligen herabziehen und langweilig darf der Gedanke der unaufhörlich die menschliche Schwäche beschämt und tadelt gewiss nicht werden oder er erliegt der ersten Verwegenheit womit der spekulierende Trieb es unternimmt sich seine Welt selbst zu bauen lieber noch sollte man die Idee weniger wach erhalten um sie zu der Zeit unverdorben hervorzufinden da der Mensch zur Haltung in den Stürmen des Lebens ihrer bedarf aber es gibt ein Mittel sie langsam zu ernähren um zu verstärken auszubilden und ihr eine unaufhörliche steigende Verehrung zu sichern ein Mittel das demjenigen der sie theoretisch kennt zugleich für das einzige gelten muss dies nämlich sie fortdauernd durch Gegensatz zu bestimmen 39 und eben dies ist das auch was jene andere Richtung der fortschreitenden Darstellung der Welt ganz von selbst herbeiführt 39 aus Gründen deren Nachweisung hierzu weitläufig wäre erhält dass der Unterricht zwei getrennte aber stets gleichzeitig fortlaufende Reihen von unten auf jenem höchsten festen Punkt entgegen zu führen haben um endlich beide ihm zu verknüpfen man kann diese Reihe durch die Namen Erkenntnis und Teilnahme unterscheiden die Reihe der Erkenntnis fängt natürlich an bei den Übungen zur Schärfung und ersten Verarbeitung der Anschauung und der nächsten Erfahrung kurz beim ABC der Sinne Etwas schwerer würde es sein den Anfangspunkt der Reihe für die fortschreitende Teilnahme anzugeben und den angegebenen zu rechtfertigen Die genauere Betrachtung entdeckt bald dass dieser Punkt nicht in der jetzigen Wirklichkeit liegen kann Die Sphäre der Kinder ist zu eng und zu bald durchlaufen Die Sphäre der Erwachsenen ist bei kultivierten Menschen zu hoch und zu sehr durch Verhältnisse bestimmt die man dem Kleinknaben nicht begreiflich machen will wenn man auch könnte Aber die Zeitreihe der Geschichte endigt sich in die Gegenwart und in den Anfängen unserer Kultur bei den Griechen ist durch klassische Darstellung eines idealischen Knabenalters durch die homerische Gedichte ein Lichterpunkt für die gesamte Nachwelt fixiert worden Scheut man es nicht die Edelsten unter den Sprachen vor der Rezeptierung Gelehrter Sprachen im Unterricht vorangehen zu lassen so wird man teils unzählige Schiefheiten und Verdrehungen in alledem vermeiden was irgend zur Einsicht in die Literatur in die Geschichte der Menschen der Meinung der Künste und so weiter gehört teils ist man sicher dem Interesse des Knabens Begebenheiten der Person darzubieten deren es sich ganz bemächtigt und von wo aus es übergehen kann zu unendlich mannigfaltigen eigenen Reflexionen über die Menschheit und Gesellschaft und über die Abhängigkeit beider von höherer Macht 40 Die früheste Bildung des kindlichen Gemüts müsste ganz verfehlt sein wenn der nach gestillter Freude am unterhaltenden zurückbleibende sittliche Eindruck jener alten Erzählung irgend zweideutig sein könnte schon das Verhältnis der Fabel zur Wahrheit Und der Rohheit zur Bildung muss dem Knaben allenthalben hervorspringen wenn er jenes Bild vergleicht mit dem Kreis in dem er lebt und der doppelte Gegensatz teils zwischen den Menschen des Dichters und den Seinen die er liebt und ehrt teils vollends zwischen jenen Göttern und der Vorsehung die er sich denkt nach dem Bilde der Eltern und die er anbetet nach ihrem Beispiele dieser Gegensatz tut bei einem rein gehaltenen jugendlichen Gemüt gerade die umgekehrte Wirkung wie bei jenen welche vor der Langweile gedehnter Religionsvorträge Schutz suchen bei Fantasien mit denen sie dreist Spiele dürfen und Ersatz in Kunstübungen woran sie ihre eigenen Meisterschaften zu bewundern hoffen der Knabe spielt in der Wirklichkeit spielend realisiert er sich seine Fantasien wäre einer so unglücklich dass er der Gottheit ihrer unsinnlichen Reich missgönnt und darin für seine Fiktion leeren Raum verlangt der müsste weniger äußerliches Leben haben man müsste seine Diät verbessern und seine gymnastische Übungen vermehren 41 aber die Welt wie er sie betrachtet in den Stunden des Ernstes dehnt sich weiter und weiter zwar immer gelegen zwischen den gleichen Extrem drängen sie gleichsam dieselben in weiteren Fern hinaus damit Platz werde für die Menge der Charaktere welche am Faden der Geschichte hereintreten jeder beleuchtet womöglich durch seine ersten klassischen Beschreibung sonst wenigstens durch den Schein der von den reinsten Quellen des historischen Lichtes her sich verbreitet über die dunkleren Strecken Perioden die kein Meister schrieb deren Geist auch kein Dichter atmet sind die Erziehung wenig wert aber lehrt man die Sprache der Schriften wegen so ist es seltsam wenn man die Schriften das Interesse nimmt durch vorgreifende Erzählungen im nüchteren Auszug vollends in dem albernen Tone der die Kindlichkeit nachahmen möchte denn neuern Zeiten gehört ein anhaltendes Studium des reifenden Jünglings in der früheren Welt hauptsächlich der alten wird der Knabe mit Muße wandeln können wenn er wie er soll nur eben entwachsen der bedürfnisvollen Kindheit seiner Homa anfing 42 Jedem das Seine Diesem Ausspruch werde sein Recht bei jeder Darstellung Betrachtung Beleuchtung der mannigfaltigen Charaktere Das Reinliche das Saubere das jede echte Poesie zeigt wenn sie Individualität aufstellt und gruppiert dies Wo nicht nachzuahmen so doch aus ihren Händen dankbar zu empfangen und sorgsam zu benutzen ist die erste Pflicht des Erziehers Aber das Gemälde was er aufstellen soll hat keinen Rahmen es ist offen und weit wie die Welt Daher fallen hier alle Eigenheiten wodurch sie die Gattung der Poesie unterscheiden und nackt und bloß steht jede Schwache und jede schlechte was sich sonst mit der Absicht des Kunstwerks entschuldigt Das Gewissen geht mit in die Oper wie sehr immer der Dichter protestiert in Band der Erzieher aus seiner Sphäre gestützt auf Platons Ansehen wo nicht die Wahrheit die Deutlichkeit des Schlechten zur Läuterung des Besseren zur Erhöhung des Guten dienen kann und dienen will 43. Indem nun durch die Lektüre der Dichter und Historiker durch wachsende Menschenkenntnis und durch moralische und Religionsvorträge die den vorher gelieferten Stoff verarbeiten helfen sich fortdauernd die sittliche Unterscheidung schärfen die Beobachtung der Nuancen des Charakters und die Schätzung ihrer Distanz nach sittlichem Maße sich berichtigt und eben dadurch die Elemente der praktischen Idee von Gott an Klarheit und Würde stets Gewinn tritt von der Seite der Erkenntnis her in steigender Deutlichkeit der Begriff der Natur hervor als das System der Kräfte und Bewegung die ihm einmal angehoben gange streng beharrend von Gesetz und Ordnung und von scharf bestimmten Maß das Muster uns verzeichnen wie mangelhaft wäre die Darstellung der Welt wie wenig in ihr das Wirkliche das Gegebene befasst wie fabelähnlich schwebt sie im luftigen Gedankenraum wenn man die Natur ausließe und wie schlecht würde sie dem Geist der vernünftig Gestaltenden des Lebens entsprechen Glaubt man allein durch die sittlichen Ideen handeln zu lehren mitten in der Natur steht der Mensch selbst ihr Teil im Innersten durchströmt von ihrer Macht erwidert die äußere Gewalt durch seine eigene nach seiner Art nach seinem Wesen erst denkend dann wollend dann wirkend durch sein Willen geht die Kette der Natur aber an einer bestimmten Stelle für einen bestimmten Willen die Schicksal entsprung einzig aus der Individualität der Lage die jedem bestimmten Exemplar der Gattung unvermeidlich eine eigene wahrt entgegengesetzt der Abkunft vom höchsten Plan der Natur welchen für die Gattung zunächst die allgemein ordnende Vorsehung entwarf die Schicksal ist die Not welche den Menschen drängt es ist diese Not die er notwendig sehen und bedenken muss um seine Schritte und das Maß seiner Schritte für jeden einzelnen Augenblick richtig zu bestimmen denn die sittliche Idee ruft zwar dem Geschlecht aber sie verstummt dem Einzelnen sofern er einzeln ist sie weiß nichts von seinen nächsten Schranke sie tadelt und beschämt aber helfen kann sie nicht sie will ihn am Ziele er ist auf dem Weg aber sie weiß nichts vom Weg viel weniger kann sie ihn führen sich und seine Kräfte und die nächsten Kräfte die ihm helfen muss der Mensch kennen und anerkennen ihre Beschränktheit wenn ihre Stärke ihm dienen soll nach ihrem Maß 44 Dieses Schicksal ist nicht jene alte jene Verderberin des Lebens jenes reine Widerspiel alles Geistes 45 Den sittlichen Menschen vermag es nicht zu bedrängen denn er verlangt nicht dass in seinem Individuum sich die Menschheit sich die Vernunft vollende er kommt der Vorsehung entgegen er sucht ihrer Sorge für die Gattung anzuschließen er nimmt den Aufruf das Eingeleitete fortzuführen er begreift die Theodizee sei der Tat der Mensch überlassen 46 Aber wo bleibt die Erziehung Wie kommt der Zögling zur Einsicht in die Folge seiner Individualität Die Frage winkt zum Schluss denn der Mensch sieht sich bald als Natur wenn er nur erst Natur überhaupt kennt Es Es ist ist aber niemand aufgelegt in die strenge Gesetzmäßigkeit der Natur sich hinein zu denken dem nicht die strenge Disziplin der Mathematik zugleich mit ihren Aufschlüssen zuteil ward 47 Und noch vor der Forschung nach den Gesetzen bedarf es der scharfen Auffassung des Gegebenen Es bedarf überhaupt der Aufmerksamkeit der Hingebung an das Vorliegende Es bedarf einer frühen Zucht für die schweifenden Gedanken einer frühen Gewöhnung zum genauen Fortführen und Vollenden angefangener Arbeit Hier ist die Sphäre zur Betrachtung die schon in der Einleitung zur gegenwärtigen Schrift ihre Stelle gefunden haben 48 Bleibe es nun immerhin dem geneigten und denkenden Leser überlassen diese Umrisse zu verbinden und auszufüllen Es soll nicht scheinen als wäre hier ein Ganzes geliefert Aber es sollte hervorgehen dass es sich noch wagen lasse gewisse Systeme die der Erziehung nie frommen können wenigstens da wovon Erziehung die Rede ist zu ignorieren Dem Tadel derselben sei das hier Vorgetragene für eine Weile Preis gegeben Es ist hoffentlich nichts neu und nicht alt genug um jemanden Lust zu machen es auf fremde Theorien zu reimen und es besser als der Verfasser selbst verstehen zu wollen sonst würde er erklären müssen dass er es für eine schlimme probe nicht des scharfsinns sondern des schwachsins hält wenn jemand die eigentümliche Behauptung verschiedener Denker gern zusammenschiebt und vor allem dass er sich von keinem verstanden glauben wird dem es noch ein Rätsel ist wie Determinismus und Sittlichkeit zusammen bestehen können 69 Andere die das abstrakte Untersuchungen etwa nicht gern in Gesellschaft des ABCs der Anschauung sehen sind gebeten zu bedenken dass es doch wohl nützlich sein könnte wenn einmal eine pädagogische Schrift für Anlassung gibt die Weite der Erziehungssphäre und die Größe der noch vorliegenden Aufgabe nach der Distanz zu schätzen die man durchlaufen müsste um von dem niedrigsten auf zusteigen zum höchsten und in die man hinaus blicken soll weil man das letzte vorbereiten muss durch das Erste